Hallo Leute, Herzlich Willkommen auf den genausten Video. Und auch meine Stimme ist ein bisschen weggegangen. Ähm, also nicht wundern, so. Wir kriegen auch direkt einen Einsatz rein. Achtung, Brandschuss, Container Brandsch. Ist so. Okay. Dann sind wir mal der. Und rennen direkt hier hin. Zack. Und ab ins Auto. Wenn das Spiel ein bisschen ruckelt, kann ich nix dafür. Das ist dieses pinerte Spiel. Ja, also nicht wundern. Oh. So. So. Upsala. Er kann nicht fahren. Hier, Landstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Raumfalle bestätigt. POS World. Sie werden eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Okay. Und das Spiel ruckelt so hart, ey. Dieses Spiel kann man absolut nicht spielen. Naja, egal. Es fahren nicht mal Autos hier rum, ne. Leute, wartet mal kurz. So, vielleicht geht es jetzt ein bisschen. Glaube eher nicht. Ne, es hängt immer noch rum. Egal, Leute. Ich kann jetzt nix dafür. Ähm, andere Videos hab ich auch nicht. Dann ruckelt es halt die ganze Zeit. Es ist halt einfach. Notruf. Die Simulation, ne. Was soll man machen? Das Spiel ist halt so. Das ist so kacke. Also, Leute. Es könnte sein, dass es jetzt... Ja, es ruckelt halt immer noch. Egal. Ich stell jetzt auch nix mehr um. Ist halt dieses Spiel. Was soll man machen? Die Lenkung ist so kacke. Die Lenkung ist so scheiße. Naja, egal. Baum mal. So, da sind wir auf jeden Fall jetzt da. Da. So. Okay. Okay. Erstmal absitzen. Brandbekämpfung. Löscherwasserabgang. So. Ähm. Damit. So. Das ist verstanden. Ende. Machen wir das hier mal alles hoch. Weißt du, ist... Das zeigt mir an, Codierung ist immer noch überlastet, obwohl ich nicht mal mehr mit dem Auto fahre. Also, dieses Spiel ist so dermaßen dumm. Also, wirklich. Dieses Spiel kann man nicht spielen. Geht einfach nicht. Dasselbe ist auch mit dem ersten Teil. Oder... Das kann man auch nicht spielen. Leitstelle Mülheim 1 TNF 4001 kommen. Ziel Leitstelle Mülheim kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Brand unter Kontrolle. Kommen. So. Das ist verstanden. Ende. Das interessiert mich jetzt nicht mehr, dass Codierung überlastet ist. Geht mir auf den Sack. Dann sollen sie das Spiel mal ein bisschen besser machen. Warte, ich muss mal kurz... den hier nehmen. Das ist Feuer. So. Perfekt. Löschen, löschen. Feuer ist jetzt gleich gelöscht. Oder ich soll da stehen, ne? Das geht doch gar nicht, Junge. Soll man dann löschen? Weil dieses Spiel ist behindert. Ja. Also echt. Dieses Spiel ist einfach nur dumm. Köh, 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 köh. Na ja, egal. Hä? Was... muss das nieder von mir jetzt doch alles kann ich zusammenkommen ja gut dann würde ich sagen war es das mit dem video ist funktioniert ja anscheinend nicht wenn es euch gefallen hat das gerne ein like abo und kommentare im nächsten video hatte ich habe echt kein bochen auf dieses spiel